Ein mächtiger Samurai beschloss, seine spirituelle Bildung zu vertiefen. So machte er sich auf, einen berühmten buddhistischen Mönch zu suchen, der als Einsiedler hoch in den Bergen lebte. Als er ihn endlich gefunden hatte, forderte er, lehre mich, was Himmel und Hölle sind. Der alte Mönch sah langsam zu dem muskelbepackten Samurai auf, der über ihm stand und musterte ihn von Kopf bis Fuß. Dich lehren? kicherte er. Du musst sehr dumm sein, wenn du denkst, ich könnte einen wie dich etwas lehren. Schau dich an, du bist unrasiert, du stinkst und dein Schwert ist wahrscheinlich sowieso verrostet. Der Samurai geriet in Wut. Sein Gesicht wurde rot vor Zorn, als er sein Schwert zog, um den lächerlichen Mönch, der da vor ihm saß, den Kopf abzuschlagen. Das, sagte der Mönch ruhig und hob einen Finger, ist die Hölle. Die Wut verblasste. Der Samurai ließ sein Schwert fallen. Erst überkam ihn Reue, dass er den Mönch köpfen wollte. Dann tiefe Zuneigung zu dem alten Mann. Dass dieser Mönch sein Leben riskiert hatte, um einen völlig Fremden etwas zu lehren, erfüllte sein Herz mit Liebe und Mitgefühl. Tränen stiegen in seine Augen. Und das, sagte der Mönch und hob seinen Finger erneut, das ist der Himmel. Und da sind wir schon wieder in der letzten Folge der aktuellen Staffel von Burnout, von der Leichtigkeit des Seins angekommen. Bianca hat mein Buch zu Podcast und Blog bei der Weihnachtsverlosung in der letzten Podcast-Folge gewonnen. Ihr Vorschlag? Mach doch mal eine Folge darüber, wie Yoga sich auf die Psyche auswirkt. Liebe Bianca, so sei es. Heute habe ich also eine kleine Geschichte am Ende und vorher sechs verblüffende Fakten zum Thema Yoga und Psyche für dich mitgebracht. Aber machen wir uns zuerst vertraut damit, wie und warum in deinem Körper alles fließt. Auf meiner ersten Indienreise hatte ich das Ziel, einen Kurs für ayurvedische Massagen zu belegen. Denn ich hatte von Druckpunkten gehört, die, wenn man sie kennt und aktiviert, heilende Prozesse bei allen möglichen Beschwerden im Körper auslösen und gesunden lassen können. Nach einer echt langen, mehrtägigen Zugreise in einem vollgestopften Abteil bei um die 40 Grad landete ich schließlich im Norden Indiens, im Himalaya und lernte dort einen alten, akribischen Ayurveda-Arzt kennen und seinen Assistenten. Und dieser Arzt bot tatsächlich Massagekurse an. Allerdings nannte er das Ganze Mama-Massage und nicht ayurvedische Massage und er ließ mich erst mal ein paar Tage in seiner Praxis mit Stift und Papier und megaviel Theorie schmoren. Und das, obwohl ich ja eigentlich schon ayurvedische Vorkenntnisse hatte. Aber er hatte recht. Denn das Ayurveda, zu dem ja auch das Yoga als eine Unterkategorie zuzuordnen ist, ist ein komplexes, ganzheitliches System und der Doktor setzte das Verständnis dafür, wie genau dieses System funktionierte und wie all seine Komponenten zusammen spielten voraus, um überhaupt in die Technik der Mama-Massage eingeweiht zu werden. Dies dient der Vermeidung von Schäden, die so eine Mama-Massage, ebenso wie jedes andere therapeutisch wirksame Mittel, haben kann, wenn man an der falschen Stelle auf die falsche Weise herumdoktort. Ich lernte in den nächsten Tagen folgende Geschichte. Unser ganzer Körper ist überzogen von Mama-Punkten. Über 400 Stück sind das insgesamt. Mama-Punkte finden sich überall dort, wo wichtige Kanäle sich kreuzen und weiter verteilen. Wichtige Kanäle haben wir einige im Körper und ihre Aufgabe ist es, alles in Bewegung zu halten und Informationen auszutauschen. Ein Kanalsystem wäre zum Beispiel unser Nervensystem. Es zieht sich wie ein elektrischer Schaltkreis durch unseren Body und verschickt Infos, zum Beispiel über Berührungen und Schmerzen und vieles mehr, in Form von elektrischen Impulsen dahin, wo diese Information gebraucht wird sozusagen. Also eine Schmerzmeldung vom Finger zum Gehirn, wenn du auf die heiße Herdplatte fasst zum Beispiel. Das Mama-System wird oft mit dem chinesischen Akupunktur-System verglichen. Denn die Chinesen wirken ebenfalls auf genau diese Knotenpunkte, die Nerven-Mamas quasi, ein, indem sie die geschwächte Informationsweiterleitung unterstützen oder Fehlweiterleitungen umlenken über winzige Nadeln aus Metall, die sich in Sachen elektrische Impulse sicher auch am besten für sowas eignen. Das Nervensystem ist allerdings nicht das einzige Kanalnetz, welches du in dir hast. Auch das System deiner Blutgefäße und Lymphbahnen gehört dazu, ja sogar Sehnen und Muskeln. Sie alle sind Kanalsysteme für sich, die aber auch untereinander komplex verbunden sind und deswegen auch in einer Wechselwirkung zueinander stehen. Wenn du dir schon mal einen Nerv eingeklemmt hast, weißt du, wie groß der Einfluss eines kleinen, gestörten Knotenpunkts auf deinen ganzen Körper, dein Wohlbefinden und auch deine Bewegungsfähigkeit sein kann. Mit den Mama-Punkten ist es also so eine Sache. Es sollen nämlich sogar Kampfmönche gegeben haben, die sie sich insofern zunutze machten, als dass sie genau wussten, wenn sie diesen oder jeden Punkt im Kampf beim Gegner erwischen würden, würde es entweder nur wehtun oder aber eine gänzliche Bewegungsunfähigkeit oder vielleicht sogar die Ohrenmacht des Gegenübers zufolge haben. Und wieder andere Punkte würden, wenn man sie träfe im Kampf, direkt zum Tod führen. Und das ist vielleicht keine so schöne Geschichte, aber ich bin mir sicher, dass diese Mönche gegenüber ihren Gegnern mit diesem Wissen wahrscheinlich klar im Vorteil gewesen sind. In ähnlich frühen Zeiten nutzten aufstrebende ayurvedische Ärzte diese Sicht auf die Channels, um auch abzuschätzen, ob sich die Behandlung eines Schwerkranken überhaupt noch lohnte oder ob jemand sowieso hoffnungslos verloren war sozusagen und das Zeitliche segnen würde. Und je nachdem, welcher Mama-Punkt eben wie stark betroffen und beschädigt war, entschlossen sich die Ayurveda-Ärzte früher dafür oder dagegen, jemanden zu behandeln. Auch das hört sich grausam an, war aber die gängige Methode sozusagen, um ihren guten Ruf zu wahren und die Finger von aussichtslosen Heilversuchen, die nichts als schlechte Publicity eingebracht hätten, zu lassen. Die Sache mit den Mama-Punkten geht allerdings noch weiter. Denn Mama-Punkte lassen sich ebenfalls Organen zuordnen, auf die sie besonders großen Einfluss haben und umgekehrt. Doch auch den klassischen ayurvedischen Elementen, nachdem alles, sowohl Gesundheit als auch Krankheit, im Ayurveda eingeteilt wird und die du bereits in Staffel 3, Folge 2 oder auch Folge 4 kennengelernt hast, können wir sie einordnen. Das ist für mich als Burnout-Coach zum Beispiel besonders interessant, wenn ich wissen will, was genau das Ungleichgewicht meiner Kunden verursacht. Es hilft mir sozusagen beim Ermitteln des Ungleichgewichts und des dazugehörigen Gegengewichts. Alle diese vielen Mama-Punkte sind unterschiedlich groß. Manche sind so klein wie eine Fingerspitze, zum Beispiel die, die direkt rechts und links in der Falte neben deinen Nasenflügeln sitzen. Andere wiederum sind so groß wie eine ganze Hand. Dein Knie zum Beispiel oder deine Hüfte. An einigen von ihnen kreuzen sich besonders viele Blutgefäße, an anderen besonders viele Nervenbahnen oder Lymphe oder Sehnen und Muskeln. An den meisten Mama-Punkten jedoch kreuzen sich immer mehrere wichtige Kanäle gleichzeitig. Also zum Beispiel wichtige Nervenbahnen und wichtige Lymphbahnen. Und an einigen kreuzen sich sogar alle gleichzeitig. Das Prinzip ist hier also, wie gesagt, ähnlich wie bei der Akupunktur, nur noch etwas umfangreicher. Kanäle oder Punkte in diesem komplexen System, was unseren ganzen Körper durchzieht, in denen Informationen eventuell blockiert sind, verursachen alle Arten von körperlichen und psychischen Krankheiten. Bei einer Mama-Massage laufe ich deswegen den ganzen Körper einmal von oben nach unten mit den Fingern entlang der Mama-Punkte ab, um eben an diesen Punkten entlang der Bahn im ersten Durchlauf leichten Druck und Drehbewegungen auszuführen, sodass die Weiterleitung erstmal durcheinandergewirbelt wird beziehungsweise komplett unterbrochen. Das ist vor allem sinnvoll, wenn die Weiterleitung die ganze Zeit in die falsche Richtung geht, sozusagen. Im darauffolgenden zweiten Durchlauf werden diese Kanäle und die Mama-Punkte mit Öl und den Händen wieder ausgestrichen. Das bedeutet im Grunde, dass ich durch den sanften Druck entlang dieser Channels wieder die richtige und gesunde Flussrichtung für Informationen in allen Kanälen vorgebe, die ich vorher kurz unterbrochen habe. Kurzum, mit einer Mama-Massage werden Blockaden im Körper aufgespürt, gelockert und der Körper wird durch das anschließende Ausstreichen in die richtige Richtung daran erinnert, wie es doch eigentlich viel besser laufen würde. Sowas ist eher aktivierend als entspannt und deswegen fühlen sich die meisten Kunden nach einer Behandlung eben auch nicht nur entspannt, sondern vor allem eher gelockert, sehr leicht in ihrem Körpergefühl und vital. Manche von ihnen sind erstaunt, dass man Punkte am Kopf stimulieren kann, die Reizweiterleitungen bis in die Füße triggern. Aber genug der Mama-Punkte und der Akupunktur. Lass mich dir endlich beschreiben, wie Yoga auf die Psyche und den Körper wirkt. Denn jetzt, wo du verstehst, wie diese ganzen Kanäle funktionieren, wird es für dich ziemlich einfach nachzuvollziehen sein, warum Yoga sich auf die Psyche auswirkt und wie das alles passiert. Im Yoga redet man meist nämlich nicht von Mama-Punkten, sondern von sogenannten Chakren. Und hier kommt eine kleine Überraschung für alle meine Hörer, die schon ein bisschen Yoga machen. Denn diese Chakren im Yoga sind nichts anderes als überdimensional große Mama-Punkte. Es sind quasi unsere Haupt-Mamas. Der Grund, warum du davon noch nichts gehört hast, selbst wenn du bereits länger Yoga praktizierst, liegt darin, dass Yoga ein Teil des Ayurveda ist, der sich über Jahrtausende entwickelt und vor allem in den letzten 100 Jahren ein riesengroßes Feld für sich geworden ist. Doch eines ist geblieben. Das Lösen von Blockaden durch das Ausüben und Lockerlassen von Druck in Form von Anspannung und Entspannung, die hier über das bewusste Ein- und Ausatmen erreicht werden, sowie das Vorgeben der korrekten Fließrichtung, der Informationen in allen Körperkanälen durch bestimmte Bewegungsabläufe und durch die Kombination von mehreren Bewegungsabläufen hintereinander. Was hier passiert oder was hier an Wirkung erzielt werden soll, ist also im Prinzip das Gleiche wie bei einer Mama-Massage mit dem Unterschied, dass es ein bisschen mehr Konzentration fordert, wenn man es selber macht und dass man es zu jeder Zeit selber machen kann und nicht auf einen Masseur oder Therapeuten angewiesen ist. Es gibt übrigens so viele verschiedene Arten von Yoga inzwischen, die sich, wie bei den Mama-Punkten, an unterschiedlichen Sortierungen oder Wirkungen orientieren. Es gibt also Yoga, welches sich auf die Mama-Punkte fokussiert, Yoga, welches sich auf Entspannung und Meditation fürs Unterbewusstsein fokussiert, Yoga für einen gesunden Rücken oder eine komplikationsfreie Schwangerschaft oder fürs Abnehmen oder um die Motivation anzukurbeln und so weiter und so weiter. Warum Yoga sich so extrem positiv auf die Psyche auswirkt, kannst du dir als alter Burnout von der Leichtigkeit des Seins Hase jetzt wahrscheinlich schon denken. Du weißt, insbesondere aus den ersten drei Staffeln von Burnout von der Leichtigkeit des Seins, dass unser Unterbewusstsein fast alle Prozesse in unserem Körper auslöst oder stoppt. Damit unser Körper sich darauf einstellen kann, welche Organfunktionen er jetzt hoch- oder runterfahren muss oder welche Muskeln er an- oder abspannen soll, je nachdem, ob dein Gefühl gerade positiv oder negativ ist, löst dir alles aus, was du brauchst, um gut flüchten zu können oder um dich schützen zu können und so weiter. Besonders zu empfehlen sind an dieser Stelle die zweite Folge der ersten Staffel und die zehnte Folge der dritten Staffel. Dort bin ich nämlich noch mal sehr ausführlich darauf eingegangen, wie diese Rückkopplung funktioniert und was sie für dein Stresslevel und deine Gesundheit überhaupt bedeutet. Vielleicht hast du auch meinen Online-Kurs schon gemacht und kennst daher ein paar Kniffe, die ich dir aus dem Yoga und der Mama-Lehre gezeigt habe, die klassische Burnout-Symptome wie Magenschmerzen, Angst oder Frustration schnell und noch im selben Moment effektiv beheben. Trotzdem komme ich hier noch mal mit sechs verblüffenden Fakten zum Thema Yoga, Psyche, Unterbewusstsein, Körperkopplung um die Ecke, die ich heute abschließend zum Besten geben will. Erstens. Sorgen und Ängste verursachen diverse Symptome in unserem Körper. Je länger diese Emotionen anhalten, desto systemischer sind die Auswirkungen auf unseren Körper. Angst zum Beispiel wirkt sich ja in erster Linie im Brustkorb und im Schultergürtel aus. Wir fühlen Enge, unsere Atmung wird flacher und gegebenenfalls beschleunigt unser Herzschlag. Yoga-Positionen, die den Brustkorb weiten und die Zwischenrippenmuskulatur dehnen, sind mega hilfreich in Lebensphasen, die belastend sind und beugen sogar entsprechenden Stress-Angst-Symptomen wie zum Beispiel Panikattacken oder innere Unruhe vor. Andere Yoga-Positionen wiederum unterbrechen die ständige Alarm-Weiterleitung von den dauerhaft verspannten Muskeln in Schultern und Nacken ans Gehirn. Auch unser Atem ist dabei eine große Hilfe. Auf ihn zu achten, ihn mit der Bewegung zu synchronisieren, bringt die Übenden nämlich näher zu ihrem Körper und zu sich selbst. Und zweitens, wenn wir das tun, hat das ausgleichende Auswirkungen auf unser Inneres, auf unser Nervensystem und auch auf weitere Steuerungssysteme unseres Körpers, wie zum Beispiel die Ausschüttung von Hormonen. Stress und Anspannung werden sofort reduziert. Wer diese Atemübungen verinnerlicht, wie du sie zum Beispiel auch aus meiner Folge über Angst kennst, kann die Technik bei Stress, Angst oder Schmerzen sogar gezielt einsetzen, um die psychische Belastung und auch deren Dauer enorm zu lindern. Drittens, Yoga hilft uns auch, unsere Grenzen zu erkennen. Wer Yoga macht, spürt, ob oder dass er stabil stehen, sich ausbalancieren und Bewegungen koordinieren kann. Er spürt seine Kraft und das tut nicht nur depressiven Menschen gut. Denn im Alltag sitzen wir viel zu viel. Die gezielten Streckungen, Dehnungen, Vor- und Rück- und Seitenbeugen der Yoga-Praxis wirken einer einseitigen Beanspruchung unserer Muskulatur und dem Gefühl des Einrostens entgegen. Viertens, die Wirkung von Yoga als Entspannungsmethode kann unglaublich schnell eintreten. Laut einer aktuellen Studie aus Deutschland ist die positive entspannende Wirkung schon nach wenigen Wochen zu spüren. Die Teilnehmenden dieser Studie hatten bereits nach vier Wochen mehr Gelassenheit und Selbstvertrauen. Yoga wirkt sich positiv auf unsere Stimmung aus. Eine Studie der Universität Dresden zum Thema Burnout belegte, dass die starke Dehnung während der einzelnen Übungen beim Yoga die Stimmung aufhält und uns beruhigt. Und das ergibt auch Sinn, denn unser Gehirn weiß ganz genau, wenn wir uns strecken und dehnen, tun wir das in Momenten, in denen wir uns sicher und wohl fühlen. Genauso wie Seufzen. Wenn wir uns bewusst strecken und dehnen, wie beim Yoga, dann glaubt unser Gehirn, dass alles in Ordnung ist, sonst würden wir das ja nicht tun. Auch Wissenschaftler in den USA haben herausgefunden, dass Yoga gegen Depressionen wirkt. Schon nach einem mehrwöchigen Yoga-Kurs fühlten sich die Teilnehmer einer anderen Studie besser und hatten weniger Angstzustände. Denn unser Gehirn sendet Wellen aus. Je nachdem, in welchem Zustand es sich befindet, haben diese Wellen eine andere Taktung. Das heißt, Wiederholungen pro Sekunden. Diese Wellen jedenfalls bestimmen große Teile unserer Psyche, denn sie sind für unser Befinden verantwortlich. Und Yoga wiederum kann diese Gehirnwellen eben so beeinflussen, dass sie sich schon in ihrer Grundtaktung gut für uns anfühlen, sprich unsere Psyche ausgeglichener werden lassen. Das ist übrigens eine Beobachtung, die man wissenschaftlich auch schon bei Meditierenden nachgewiesen hat. Der fünfte Yoga-Fakt für heute Stimmungs- und Stoffwechselstudien, die viele Jahre lang durchgeführt wurden, zeigen, dass es mit dem Yoga sehr gut gelingt, die Höhen und Tiefen des Gefühlslebens auszugleichen. Somit kann Yoga als ein hervorragender Stimmungsaufheller gesehen werden. Seit einigen Jahren beschäftigen sich auch Psychologen verstärkt mit Yoga und versuchen es für ihre Arbeit fruchtbar zu machen. Mit der Integration der Yoga-Praxis in die Psychotherapie hat sich zum Beispiel Amy Weintraub beschäftigt. Sie hat auch die Überwindung ihrer eigenen Depressionen mithilfe von Yoga beschrieben. In ihrem Ansatz ist besonders positiv, dass sie das ganze Yoga in den Blick nimmt. Mit ihrem Buch stellt sie eine Sammlung für Therapeuten zur Verfügung mit Übungen, die auf Yoga basieren und die darauf abzielen, eben speziell Stimmungen durch Yoga positiv zu verändern. Bei diesen Übungen handelt es sich übrigens nicht um diese klassischen Yoga-Positionen mit Yoga-Matte und Pipapo, sondern um Übungen und Strategien, die Yogis seit Jahrtausenden benutzt haben, um eine Balance der körperlichen und geistigen Systeme herzustellen. Diese Übungen kommen aus einem anderen Teil des Yogas, wo man eben sich mehr auf den Atem fokussiert und gar nicht so sehr auf eben diese körperlichen Yoga-Matte-Übungen. Sechster und letzter Fakt zum Thema Yoga. Im Rahmen einer Studie untersuchten Forscher die Auswirkungen von Yoga beziehungsweise Meditation auf das Immunsystem, auf das Wachstum von Nervenfasern im Gehirn sowie auf psychische Symptome. Über drei Monate praktizierten die Studienteilnehmer täglich Yoga und Meditation und ernährten sich vegetarisch. Dazu sei gesagt, die Untersuchung fand in einem Zentrum statt, weshalb die Probanden während dieser Zeit nicht alltäglichen Beschäftigung nachgingen. Vor und nach der Studie wurden Hormone und Botenstoffe im Blut und Speichel der Probanden gemessen sowie Fragebögen zu psychischen Symptomen ausgefüllt. Und das kam raus. Nach der Studie waren antientzündliche Immunparameter erhöht, während sich Entzündungsparameter reduziert hatten. Die Werte des Wachstumfaktors für Nervenfasern stiegen an, was darauf hinläutet, dass Yoga das Wachstum von Nervenfasern, insbesondere im Gehirn selber, ankurbelt. Und jetzt, wo du all diese neuen Infos über Psychologie und Yoga hast, wird dir vielleicht auch langsam klar, warum Yoga, obwohl viele es eher dem Spur zu ordnen, eben eigentlich eine Form der Meditation ist. Dein Körper verfügt über ein großes Leitungssystem und viele Wege führen nach Rom. Deshalb lautet das Mantra der Woche diesmal auch Alles in mir soll fließen Ein Mönch hatte sich in die Einsamkeit zurückgezogen, um sich ganz der Meditation und dem Gebet widmen zu können. Doch dann wurde er von einem Besucher gestört, welcher wissen wollte, welchen Sinn der Mönch in der Zurückgezogenheit und der Stille sehe. Der Mönch führte den Besucher zu einer Zisterne und sagte, schau auf das Wasser. Was siehst du? Kurz vorher war Wasser geschöpft worden und die Wasseroberfläche war noch unruhig. Ich sehe nichts, sagte der Besucher. Ein paar Minuten später bat der Mönch seinen Besucher nochmals hinunter zu sehen. Was siehst du jetzt? Die Wasseroberfläche war unberührt und still. Jetzt sehe ich mich selbst, sagte der Besucher. Der Mönch nickte lächelnd. Liebe Bianca, vielen Dank für deinen Vorschlag. Ich hoffe, diese Folge war aufschlussreich und interessant und dass du viel Freude beim Lesen meines Buches Burnout von der Leichtigkeit des Seins, wie du deinen inneren Stressknoten auflöst und dich endlich aus dem Burnout befreist, haben wirst. Ich glaube, die Übungen, die du nach jedem Kapitel darin findest, sind sicher auch eine prima Ergänzung zum Yoga. Falls du, lieber Hörer oder liebe Hörerin, noch auf der Suche nach einem Geschenk für einen geliebten, gestressten Menschen oder dich selbst bist, habe ich dir den Link zur Bestellung nochmal in dem Beschreibungstext zu dieser Episode gepackt. Wenn du magst, kannst du also jetzt direkt draufklicken und mein Buch einfach zu dir nach Hause bestellen. So, dies war also schon die letzte Folge der fünften Staffel. Die neue Staffel Burnout von der Leichtigkeit des Seins startet schon Mitte Januar. Bis dahin gibt es natürlich wie gewohnt alle zwei Wochen eine Minifolge, um dir den Jahreswechsel zu versüßen. Ich freue mich also, dich in zwei Wochen zumindest kurz wiederzuhören. Bleib gesund, deine Susi � as das an an ou die Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018